Die nächste Meditationsübung hilft Ihnen dabei, Ihre eigene Energie zu schützen. Wie bei den anderen Übungen auch, beginnen wir, indem wir einige Augenblicke unserem Atem folgen. Wie bei den anderen Übungen auch, beginnen wir, dass Sie sich jetzt vor, dass Sie von einer Kugel aus regenbogenfarbenem Licht umgeben sind. Sie enthält alle Farben des Regenbogens und Sie können sich vorstellen, in welcher Reihenfolge Sie möchten. Vielleicht tanzen Sie in einem Energiefluss um Sie herum. Sie können sich aber auch vorstellen wie den Regenbogen selbst. Indem Sie bei der Farbe Rot beginnen. Und sich dann als nächste Schicht die Farbe Orange vorstellen, ganz um Sie herum. Und dann ein Kreis aus Gelb. Und dann ein Kreis aus Gelb. Grün. Grün. Blue. Blau. Und Purple. Und Lila. Diese Kugel aus Regenbogenfarbenem Licht begleitet Sie. Sie können sich in ihr ausruhen. Sie können sich mit ihr bewegen. Ring. Sie können sich immer darauf verlassen, dass dieses regenbogenfarbene Licht Sie umgibt und Sie schützt. Sie können sich immer darauf verlassen, dass dieses regenbogen ist. Sie können sich immer darauf verlassen, dass dieses regenbogen ist. Es ist eine große Herausforderung, Sie können sich immer darauf verlassen,